So Ladies and Gentlemen, wir befinden uns immer noch an unserem ersten Tag hier in New York City. Wir haben ja schon die erste Busfahrt hinter uns. Und zwar ging es auf dem ersten Teil den Westabschnitt von New York City mit einem Doppeldecker-Bus. Es war eine halbe Stunde gegen die Tour. Es war sehr, sehr interessant. Sehr eindrucksvolle Bilder habe ich gemacht. Beziehungsweise auch natürlich hoch auflösen. Das Ganze im 4K Modus. Beziehungsweise im Ultra HD. So, wir machen jetzt die zweite Bus-Tour. Am heutigen ersten Tag. Wir haben vor ein bisschen verstärkt gegessen. Sehr schön am Rockefellerplatz. Und wir beginnen jetzt die zweite Bus-Tour. Das ist der östliche Abschnitt von New York City. Und wünsche euch jetzt mit den atemberaubenden Bildern und viel Spaß zusammen. Natürlich, die Panache kümmern! Sie verändern sich gut. Sie verändern sich einfach. Sie verändern sich sehr unterschiedlich. Sie sehen uns aus. Sie wollen mich nicht. Sie sehen uns aus. Sie sehen uns aus. Sie sehen uns nicht. 2.11 hier, wenn es kommt, dass es kommt, wenn es kommt, wenn es kommt, wenn es kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.